Heute im Test die Dominator von Beko Feuerwerk. Zweiteilig, die Brenndauer beträgt 35 Sekunden, die Effekthöhe ca. 2 Meter. Richtig dicke Dinger Leute, da bin ich mal gespannt ob die denn was kaufen. Die NEM beträgt hier bei 95 Gramm und ich würde sagen wir labern jetzt nicht viel und gehen raus und testen mal so ein Dominator Vulkan von Beko Feuerwerk. Viel Spaß und dann kommen wir zur Zündung des Dominator oder wie der heißt. Mega Effekt Vulkan von Beko. Pferdeatmen, fein Schlauhe, aber dann werden wir sehen, weil man immer glaube ich, dass Wäки kommen kommen lassen und sich nicht im Hinblick auf den Pastinen und kommen weiter, wenn sie müssen, kommen wir zum Besuch. Herr Neues ist die Veröntung durch den Pferdeatmen, Der Pferdeatmen. Ich habe noch einen Moment und eine Verw efficiency zu tun. Keine Anstattung. Der Pferdeatmen, der Pferdeatmen ist, Naja, für 2 Stück 6 Euro ist schon ein happiger Preis, da würde ich dann doch eher zu anderen Vulkans greifen.